Ich bin Martin Pichlmeier und ich habe hier am Symposium über Playfulness gesprochen und meine Herangehensweise ist die, dass ich mich seit längerer Zeit jetzt schon mit der Geschichte von Playfulness beschäftige als einen Zugang zur Welt und in all ihren Facetten. Die Facetten der Playfulness, von denen ich da spreche, sind zum Beispiel der Nutzen des Spiels als Lernen, als wichtiges Austesten der Grenzen der Welt sozusagen, egal ob in sozialer oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Andererseits auch den spielerischen Zugang zu Technologie zu bauen, zum Erzeugen von Dingen, zum Erfinden von Sachen und auch davon wieder die geschichtliche Seite, aber auch so Randgebiete wie den Zusammenhang zwischen der Geschichte von Spielen und militärischen Simulationen oder solchen Gebieten, die dann aus dem spielerischen herausragen in einen Kontext, der ein ganz andersartiger ist. Und das mache ich auf der einen Seite im Rahmen meiner quasi Forschungstätigkeit und auf der anderen Seite schaffe ich auch künstlerisch und meine Arbeiten haben meistens einen spielerischen Aspekt, der in letzter Zeit des Öfteren geschichtlich verwurzelt ist. Das hat sich einfach so ergeben aufgrund meiner Interessen, nehme ich an. Eine der Arbeiten, die man da beispielhaft herausgreifen könnte, ist Bagatell konkret, das ich gemeinsam mit Faris Kajali gemacht habe. Ein umgebauter Flipper-Tisch aus den 70er Jahren, der wieder zum Leben erweckt wurde als Art Audi-Installation, als Musikinstrument, bei dem alle Elemente, die für das spielerische früher verantwortlich waren, also alles, was mit Punkten und Zusatzkugeln und all diesen Dingen zu tun hatte, entfernt wurden und ersetzt wurden durch musikerzeugende Mechanismen. Das heißt, der nimmt auf und ergibt dir wieder, wie du den Flipper spielst, als ein selbst gesampeltes musikalisches Patchwork an mechanischen Geräuschen. Und der Konnex zur Geschichte ist der, dass Flipper heute eben ein relativ ausgestorbenes Medium sind, eigentlich erst vor kurzem, vor wenigen Jahren ausgestorbenes, das aber für eine ganze Generation sehr prägend war. Und auf diesem kulturellen Erbe, das in der Technologie steckt, aufzubauen, war für mich irgendwie der spannende Zugang dazu. Insofern ist dieses Schaffen von Beschränkungen natürlich irgendwo die primäre schaffende Tätigkeit. Und ja, das mache ich natürlich. Auf der anderen Seite sind die Spiele, die ich, also Spiele würde ich es nicht nennen, aber die Arbeiten, die ich konkret gemacht habe, ich würde sie deswegen eben auch nicht Spiele nennen. Auf jeden Fall welche, die viel mehr Freiheit bieten, als es jetzt klassische Spiele machen würden. Das heißt, wenn meine Arbeiten spielerischen Charakter haben, dann geht es darum, dass ich mich eben in einer relativen Freiheit in ihnen bewegen kann und relativ viel, relativ autark agieren kann. Im Unterschied zu den meisten kommerziellen Spielen, die wirklich eben sehr stark einschränkend sind, gibt auch dort Ausnahmen. Musik Musik